Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an allen Zuschauern und Abonnenten. Ich bemüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge Live 3, meine lieben Freunde. Ja, letzte Folge war wieder pures Chaos und leichte Aggression von mir. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal auf das Feld, es waren gerade noch Besprechungen und so, das dürfen wir, bevor wir Leute wieder petzen. Habe ich schon mal das Gras wieder eingesammelt, das Stroh eingesammelt auf den Feldern. Und ja, das machen wir jetzt weiter. Und das kann nicht gut werden. Ah, Herr Schnussberg! Ja? Herr Schnussberg, Herr Schnussberg, Herr Schnussberg, Herr Schnussberg. Ja, hallo? Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, und Ihnen? Herr Schnussberg, es ist ja stattbekannt, dass Sie ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Okay. Ich möchte Ihnen helfen. Und wie? Mit einem lukrativen Geschäft für uns beide. Herr Schnussberg, folgendes. Es befinden hier gleich bald die Feldfestspiele statt. Okay. Das ist ein Wettkampf, ein Mehrkampf. Ja. Ich habe gewisse liquide Mittel zur Verfügung stehen und ich würde gerne wetten. Okay. Herr Schnussberg, ich würde auf Sie wetten. Okay. 50.000. Und wenn wir gewinnen, bekommen Sie die Hälfte ab. Deal. Herr Schnussberg, das Einzige, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen Letzter werden. Was? Ja, wir glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie gewinnen, Herr Schnussberg. Wenn ich Letzter werde, bekomme ich 25.000. Das ist richtig. Ich kann natürlich auch noch, wenn Sie einen höheren Anreiz brauchen, kann ich natürlich auch noch höher werden. Was bekommt denn der Erste? Gar nichts. Sie wissen das doch. Ja, es gibt natürlich irgendeinen Preis oder sowas, aber ich sage Ihnen, also auf jeden Fall wird es lukrativer, wenn Sie Letzter werden. Wissen Sie was, Herr Schnussberg? Sie gucken mich so an. Ich wette glatte 75.000 auf Sie. Alles klar. Ich bin dabei. Alles klar. Einzige Aufgabe, Letzter werden. Okay. Und Sie bekommen von mir 50.000 Euro. Okay. Okay, alles klar? Alles klar. Perfekt, Herr Schnussberg. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag. Wir haben nie gesprochen, nicht mal? Alles klar. Ein schöner Tag noch. Denken Sie immer dran, wen Sie für gealler, wird wir Sie in Knaller. Alles klar. Hm. Ich muss nur Letzter werden, dann würde ich 50.000 bekommen. Das würde meine Probleme ein bisschen lösen. Ich kann auch nicht euch fragen, weil wir vier Folgen am Stück aufnehmen. Pass auf. Ich brauche die 50.000. Boah, ich bin gerade echt ein Dilemma, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich mache das anders. Ich höre mir an oder frage nachher, wenn diese Dorfspiele da kommen, dann werde ich das machen, mir anhören und dann fragen, was ist denn der erste Preis? Und wenn die mir das sagen, und das ist besser als der Preis, den ich dann da kriege, spiele ich richtig mit. Wenn nicht, verliere ich. So mache ich das. Aber wie ich den Bürgermeister kenne, wird er wahrscheinlich dieses Angebot jeden machen. Das ist so ein Hinterhältigen. Das ist genau dasselbe wie mit den Produktionen. Das ist echt riskant. Aber wenn das alle annehmen sollten und ich würde, und die würden wirklich verlieren wollen und ich würde erster machen, hätte ich eine Challenge, letzter gemacht. Gut, da ging es nur um den Hof. Die zweite oder die erste richtige habe ich zweiten Platz gemacht. Und da würde ich ersten Platz machen. Aber was steht nachher, wir wissen ja nicht, was die Gewinnbedingungen sind. Zählen die Dinger dann zum Gewinn dazu? Das weiß leider keiner. Aber ich glaube nicht, dass die dazu zählen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaue es mir an. Also ich werde es erstmal so machen. Ich habe das Angebot ja erstmal angenommen. Muss ja nicht. Wenn der Gewinn besser ist als das, was dann, ja. Dann mache ich das anders. Oh, das Feld ist auch schon fertig. Das ist gut. Dann kann ich das direkt als nächstes ernten. Achso, ich dachte gerade, was ist das für ein Riesenfeld, was ich da habe. Aber das ist ja gar nicht. Der Drescher steht schon hier. Ich gucke jetzt, ob ich die letzten Schwarten hier reinkriege. Ich gucke jetzt. Ja. Ich glaube der Meser braucht gerade seinen Drescher Ich glaube der war am Dreschen Ich weiß nicht Ich bin gerade echt ein bisschen hin und her gerissen Ich weiß nicht so recht was ich machen soll Ich weiß nicht so recht was ich habe Wir haben bei unserer Diskussion gerade festgestellt Dass der Kollege der für die sechs eingetragen ist Der hatte jetzt gerade einen Notfall mit der Frau und seinem Kind Der ist in ungefähr zwei Stunden wieder bei uns auf der Maschine und wir würden ihn dann direkt losschicken Irgendwie der musste nochmal irgendwie in die Dorfmette oder so Ist überhaupt gar kein Problem Danke fürs Bescheid sagen Das reicht mir schon Danke schön Also sie sind dann gleich als nächster in der Vergabe dran Ja alles klar weiß ich Bescheid Danke Herr Pasko Paskau oder wie auch immer Pasko ist schon richtig Alles klar Wiederhören Wiederhören Tschüss 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 Ach, weitere Fragen beantworten. Dann hattet ihr geschrieben, warum ich denn kein... Einen Moment. True Farming, ich muss da ein paar Leute wegbannen. Jeder der schreibt hier mit Miguel nicht eingeladen und bla bla bla, den bann ich weg. Ach so, ihr hattet noch geschrieben, wegen den Moorrüben und sowas, dass ich das nicht machen soll, habt ihr auch recht, das kann lieber das LLU machen. Und den Drescher, da wurde ja auch geschrieben, aber das hatte ich ja jetzt schon in der anderen Folge schon beantwortet, den verkaufe ich. Da habt ihr natürlich recht, ich glaube, der von Mesa hat einen größeren und selbst wenn der Mesa und ich gleichzeitig ernten müssten oder was auch immer, kann ich immer noch das LLU anrufen, ich glaube, das ist günstiger. Hallo? Ja, Maxi. Moin. Deinen Drescher hast du verkauft oder nicht? Noch nicht, ich dresche hier gerade das Feld, weil ich gesehen habe, du bist mit dem Drescher dran. Ja, weil ich habe ein Feld von der Stadt noch bekommen, also noch ein Deal von letztens, also von länger her. Ja. Und da geht es sich um das Feld 13, überm Händler, über der Käserei und das ist halt ein riesen Feld. Ja, ich sehe es gerade. Und das wäre doch die Idee, wenn wir das einfach zusammen kurz runterdreschen. Ja. Und da kriegen wir Stroh raus und Getreide, ja, da kann man sich ja einig werden. Oder dass wir uns aus dem Erlös einfach dann die Presse und den Sammelwagen kaufen. Oder? Ja. Ja. Weil dann, das ist dann schon groß, da bin ich ja ewig am Machen und ich bin dann eh unten mit dem Drescher, weil er repariert werden muss vorher. Du willst ihn dann dort eh verkaufen, dass du dann quasi nach dem Feld kannst du ihn ja dann da verkaufen direkt. Machen. Machen wir so. Das passt super, ja. Gut. Ja. Hast du noch Anhänger? Dann würde ich noch einen zweiten Anhänger an meinem Fantang, weil ich habe nur einen. Ich habe auch einen. Äh, doch, ich habe einen. Ja, doch, klar. Bei mir am Hof. Ja, aber dann... Ach so, ja. Nee, gut. Ist aber nur ein kleiner, ne? Ja, macht ja nichts. Hauptsache. Okay. Ja, ich bin ja auch gerade Weizen am Hernden. Wann bist du denn ungefähr hier oben? An dem Feld? Oder bei dir? Äh, an dem Feld. Weißt du noch nicht. Also ich mache gerade meins noch fertig. Ja. Äh, dann muss ich reparieren fahren. Ich muss vorher noch die Gerste verkaufen an der Mühle. Ja. Und dann gucken. Ich würde mich dann einfach nochmal melden. Ja. Ja? Ja, machen wir so. Alles klar. Äh, dann brauchst du den Anhänger nicht holen. Den werde ich jetzt gleich, äh, hochholen. Ach so. Weil ich bin, ich habe hier auch ein Feld, da ist auch Weizen drauf. Ach, da unten oder was? Ja, direkt hier unter, äh, über deins noch. Aber, äh, da fällt gerade ein LU-Mitarbeiter auf dem Feld rum. Und erntet? Oder gucke ich? Doch, der erntet da. Äh, schon dir Drescher. Ich weiß nicht, wer das ist. Naja, okay, ich rufe mal an. Ja, alles klar. Danke dir. Ja, bitte. So. Oh. 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 schon was größer das fällt oder mache ich das nur auf jeden fall so ich jetzt vielleicht noch mit dem sammelwagen noch mal voll machen dann mit dem unterfahren den anhänger holen das passt ich weiß ja dass hier in den folgen ich sag mal zu 80 prozent rein meine zuschauer schauen und ich würde mal ganz gerne etwas ansprechen gibt bestimmt gibt es einige von euch die to farming schauen und da war ja die party beim fritz lammhof da wurde der miguel ja nicht eingeladen nicht aus irgendwelchen ich sag mal aus irgendwelchen dingen so hieraus sondern einfach weil das nur von der projektleitung kam er sollte so den ringele im wald finden mit seinem baumhäuschen und sowas und die leute also die landhandel fans sag ich jetzt mal was die da mal wieder abgelassen haben ich bin ganz ehrlich leute ich bin echt am überlegen mit shoe farming aufzuhören ich hab da ja also ich gar keinen bock mehr drauf also die disliken mein video weil ich miguel nicht eingeladen habe die haben gar keine ahnung wie das like disliken bei youtube funktioniert es geht sich nicht darum für das was du da sagst oder oder weil du irgendjemanden nicht eingeladen hast es geht darum das video zu bewerten damit der streamer oder der youtuber rückmeldung hat und jetzt mal jetzt mal real talk also wenn das sind ja auch wieder die leute die bei mir da schreiben im real life muss man sechs wochen warten wenn ich beim landhandel also stress machen wegen weil das so lange dauert und so im real life es ist mein haus es ist meine party wenn ich einlade oder wen nicht das ist doch meine sache im grunde und ich merke so bin ich ganz ehrlich wie die leute sich das immer so biegen wie die das wollen weißt du wie ich meine nur hauptsache zugunsten des landhandels und so und um gottes willen nichts gegen tino tino und ich wir sind seit fünf jahren befreundet ich meine die aktiven leute wissen das auch und die checken das auch es sind ja immer nur die typen die das dann so da so schreiben ich meine ich habe nichts gegen tino und tino hat nichts gegen mich verstehen einfach nicht dass wir da eine rolle spielen und ja und ich finde das so schade das ist nämlich das was ich meine ich hatte ich werde nichts ändern um gottes willen versteht mich nicht falsch ich ziehe das so weiter durch ich verbiege mich nicht mehr für die leute aber das ist genau das gleiche wie mit der genossenschaft ich habe damals die genossenschaft aufgegeben oder so wegen den kommentaren weißt du die genossenschaft macht alles kaputt aber das waren auch wieder nur die landhandel fanatiker weil die genossenschaft alles selber stemmen konnte die brauchten keinen landhandel mehr dann war das nämlich wieder scheiße landhandel verdient kein geld wegen der genossenschaft weißt du wenn das aber anders herum gewesen dann hätten die leute nichts gesagt hauptsache fritzel hat wieder ärger bekommen und das ist nicht alle um gottes willen versteht mich nicht falsch ihr nicht also die die treuen zuschauer und die leute die es checken ihr nicht ich meine ihr schreibt ja auch da drunter fahr dich mal runter hat einer geschrieben äh so oft wie ähm migo äh migo irgendwas war wegen äh weil er bei mir das häckselgut da geholt hat und so und äh blablablub äh oder er für mich besorgt hat hat einer drunter geschrieben der landhandel hat so viel häckselgut für dich besorgt und jetzt lädst du ihn nicht ein und so da hat einer drunter geschrieben ähm digga so oft wie äh 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 migo el was gutes getan hat so oft hat der fritzel auch schon in eine Pfanne gekloppt wo freezing nichts gemacht hat oder fritzel hat er ja er hat immer er hat immer in der rp äh person gesprochen nicht frizzy oder nicht äh tino er hat immer fritzel und migo el geschrieben daran merke ich ah er meint die rp charaktere ne es gibt ja aber auch so leute die schreiben darüber warum lädst du tino nicht ein die schnallen das nicht die sind so hohl dafür muss ich ganz ehrlich sagen die meinen weißt du die meinen echt dass tino und ich jetzt streit im real life hätten was gar nicht stimmt ich kann euch eine ansage dazu machen tino und ich jeden abend sitzen wir im teamspeak quatschen unterhalten uns nicht über youtube und so ein kram über was macht familie was ist hier was ist da wie läuft arbeit über ganz normale dinge ich hab keinen bock auf dich aber meine lieben freunde damit sind wir auch am ende unserer folge angekommen wenn es euch gefallen hat das liken nicht vergessen schaut auf jeden fall zur nächsten folge vorbei und ich sage tschüss und bis zum nächsten mal haut rein